Moin moin liebe Fabrikbesitzer, ich bin natürlich der Seno und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Faktorio Friday Facts. Heute mit dem überaus spannenden Blog-Eintrag Nummer 322, denn die Entwickler erzählen uns von Änderungen am Partikelsystem, die hoffentlich bald implementiert werden, um mal wieder Performance zu sparen. Warum das für uns interessant sein könnte und in welchen Situationen vor allem ein bisschen Leistung aus Faktorio rausgekitzelt werden kann, das schauen wir uns im Detail nach dem Intro an. Also bleibt dran, schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Die von euch, die immer mit der aktuellsten Version von Faktorio spielen, wissen, dass im Laufe der Woche Version 0.17.3 nein, 7.9 veröffentlicht wurde, also 0.17.9. Und diese Version gilt intern als die dritte stabile Version von 0.17 und soll auch erstmal die letzte der 0.17 Reihe bleiben. Das heißt, alle Änderungen, über die wir jetzt sprechen werden, werden erst mit dem nächsten großen Update, wo es von 0.17 auf 0.18 geht, geändert werden und wirklich ins Spiel kommen. Der Grund ist auch denkbar einfach, denn die Entwickler wollen es den Mod-Machern möglichst angenehm machen und dafür sorgen, dass nicht wieder alle zwei Wochen irgendein Update rauskommt, was die Mods eventuell zerstören könnte und die Mod-Macher dann dazu zwingt, ihre Mods zu updaten. Das Spielchen hatten wir bei Version 0.16 oder besser dem Wechsel von 0.16 auf 0.17 natürlich schon zur Genüge. Viele von euch haben das mitbekommen. Gefühlt kam alle zwei Tage irgendein Update der Factorio-Entwickler raus, das viele Mods unbrauchbar gemacht hat. Da musste man als Spieler erstmal ein bisschen warten, bis der Mod-Macher hinterhergekommen ist und die Mod aktualisiert hat. Das war für alle etwas unentspannt. Deshalb wollen die Entwickler jetzt erstmal alle Änderungen, die Mods beeinflussen könnten, sammeln, um dann beim Sprung von 0.17 auf 0.18 alle gleichzeitig rauszuhauen, damit die Mod-Macher im besten Fall nur noch ein einziges Mal über ihre Mods rübergucken müssen, um sie wieder aufzufrischen oder up-to-date zu halten. Das, was aus meiner Warte besonders interessant ist, liebe Freunde, ist, dass die Entwickler hier schreiben, mehr oder weniger wortgetreu jetzt so on the go übersetzt, dass so viele Änderungen zusammengefasst werden und gleichzeitig veröffentlicht werden, weil sie definitiv Mods beeinflussen werden, dass man sie zusammenführt und gleichzeitig raushaut und dann von Version 0.17 auf Version 0.18, das steht genau hier, updaten wird. Also, dass sich die mittlere Zahl ein nach oben schiebt, weil das halt ein so großes Update ist, wo sich so viel ändert. Normalerweise, bisher hieß es von den Entwicklern aber immer, dass 0.18 nicht existieren wird, sondern wenn 0.17 nochmal geupdatet wird, wird es zur Version 1.0, also zum Final Release. Es scheint also so, als würden sie noch ein großes Major-Update vor dem Final Release raushauen wollen, damit dann zum richtigen Release auch die ganzen Mods funktionieren. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ob ich das hier so richtig verstehe, weil ich da dann ein bisschen reininterpretiere, aber bisher war halt immer die Rede von Entwicklerseite 0.18 wird Version 1.0. Und jetzt heißt es, wir sind momentan in 0.17, wir sammeln viele Updates, viele Änderungen und hauen dann 0.18 raus. Also, ich weiß nicht genau, da müsst ihr dann selber mal ein bisschen reininterpretieren, was ihr davon haltet. Ich gehe momentan davon aus, dass es noch eine 0.18 Version geben wird, bevor wir in den Final Release gehen. Erst wenn 0.18 dann mit den ganzen Mods angepasst wurde, wenn alle Änderungen in 0.18 wirklich gut angekommen sind und fehlerfrei laufen, ohne dass Faktorio die ganze Zeit durch irgendwelche Bugs abstürzt, erst dann wird die große 1 vorne rangehängt. Nach diesem zugegebenermaßen relativ langem Vorwort kommen wir doch zum eigentlichen Thema dieses Blog-Eintrags, nämlich dem neuen Partikel-System. Und da haben wir hier unten eine relativ schöne Grafik, die uns das mal veranschaulicht. Wir haben hier einen Beißer und ein Nest und wie ihr sehen könnt, beides stirbt. Normalerweise würden hier Blutspritzer, ja brutal, wie Faktorio nun mal ist, so Splatter-mäßig über unseren Bildschirm spritzen. Stattdessen haben wir hier nur diese grünen Kästchen. Jedes grüne Kästchen zeigt einen Partikel an. Und da können wir sehen, dass das Nest ein bisschen mehr hat, wenn man das mal so überschlagen möchte, als der Beißer. Aber beide haben doch relativ viele Partikel, die da durch die Gegend spritzen. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runterscrollen, haben wir sogar in Zahlen, dass der Beißer 427 Partikel beim Tod fallen lässt und der Spawner hier 749 an der Zahl. Das Problem bei diesen Partikeln ist, und das ist tatsächlich ja noch so ein Artefakt aus längst vergangener Faktorio zeigt, als Faktorio noch in der frühen Entwicklungsphase war, diese ganzen kleinen grünen Kästchen, die ihr hier seht, sind Entities. Jetzt fragt sich der eine oder andere von euch, also es gibt wahrscheinlich zwei Gruppen von Zuschauern, die einen sagen, what the fuck, das sind Entities, wie konnten diese Faktorio-Leute das nur machen? Und die anderen sagen, hä, was sind denn Entities nochmal? Deshalb nochmal ganz kurz erklärt, eine Entity oder auf Deutsch halt eine Entität, das ist quasi ein, in der Programmiersprache, ich übersetze das jetzt mal so, ein festes Objekt, was also wirklich von dem Spiel als Objekt gehandhabt wird. Das ist nicht nur eine Grafik, die angezeigt wird, sondern das ist ein richtiges Spielelement. Das ist ein richtiges physikalisches, in Anführungsstrichen, weil es natürlich um ein PC-Spiel geht, aber ein innerhalb des PC-Spiels physikalisches Objekt. Und da schpritzen halt wirklich viele Entities aus diesen Entities heraus. Nun könnte man sagen, ja, was soll's denn, ob das jetzt irgendwelche Grafiken sind, die da angezeigt werden, oder solche Entities, was ist mir doch egal als Spieler, Hauptsache, das sieht schön aus. Das Problem kommt aber tatsächlich, wenn man berücksichtigt, dass es diverse, wirklich entscheidende Unterschiede zwischen einfachen Partikeln und solchen Entities gibt. Denn ein Partikel ist in den meisten Berechnungen einfach nicht vorhanden, ist nicht wichtig. Vor allem nicht in einem Spiel wie Faktorio, wo es nicht so um Grafik und Perspektive und sowas geht, weil es ja im Grunde 2D ist und kein 3D-Shooter zum Beispiel. Aber Entities werden bei sehr vielen Berechnungen berücksichtigt. Und zwar zum Beispiel, wenn du einen sogenannten Area-Trigger-Effekt hast. So rum, sorry. Zum Beispiel Granaten, die Flammenwerfer, Türme, oder was haben wir unten noch, die Atombombe oder die Giftgaskapseln. Die überprüfen natürlich, was befindet sich in meinem Areal, in dem ich wirke, in meinem Area of Effect, was befindet sich da drin und welchen Objekten muss ich quasi Schaden machen. Ist ja klar. Ihr wirft zum Beispiel eine Granate und die Granate muss ja, wenn sie detoniert, oder das Spiel muss überprüfen, was ist jetzt alles im Explosionsradius der Granate, was muss alles Schaden bekommen. Und das heißt, jede Entity wird sich in so einem Radius dann angeguckt. Sind Bäume da? Die müssen Schaden bekommen. Sind Steine da? Ja, die müssen auch Schaden bekommen. Steht der Spieler da? Der braucht auch Schaden. Die Aliens brauchen Schaden. So. Und dann die ganzen Gebäude natürlich. Also im Grunde, wenn du eine Granate wirfst und die explodiert, dann guckt Faktorio nach, wie viele und was für Entities befinden sich jetzt an dieser Stelle. Und ganz vereinfacht gesagt, stellt euch vor, ihr werft genau auf dieses Gift, das wir hier sehen, eine Granate und diese beiden Dinger sterben. Im Moment, wenn ihr erstmal die Granate werft, sind da drei Entities. Die Granate selbst, bevor sie explodiert, eine Millisekunde bevor sie explodiert, der Beißer und der Spawner. Das heißt, drei Objekte werden überprüft. Die Granate geht hoch, die Granate ist weg und dann wird geguckt, gut, da ist ein Beißer, der kriegt Schaden und da ist ein Nest, das kriegt Schaden. Einfach genug, könnte man meinen. Stellt euch aber vor, ihr werft zwei Granaten ganz schnell nacheinander. Die zweite Granate, ich muss den Mauszeiger hier mal wegmachen, die zweite Granate, die explodiert, überprüft dann genau dasselbe Feld, alles, was wir hier auf dem Bild sehen und auf einmal sind aber nicht mehr zwei Entities da, Beißer und Nest, sondern halt 427 plus 749, das macht über 1000. Auf einmal sind über 1000 Objekte da, wo Faktorio gucken muss, kriegen die Schaden. Die kriegen natürlich keinen Schaden, weil die haben ja auch keine Lebenspunkte, es sind ja nur Blutspritzer, aber genau da seht ihr das Problem. Faktorio muss sich jedes einzelne dieser Blutspritze angucken und dann zum Schluss kommen, hä, Moment, hat der gar keine Lebenspunkte, das kann ich ignorieren, gehe ich zum nächsten. Hä, hat keine Lebenspunkte, kann ich ignorieren, ist ja nur ein Blutspritzer. und gehe zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Das ist, wenn ihr so einen Fall habt, noch relativ einfach. Gucken wir uns das nächste Gift hier unten an, wird es schon problematischer. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, ihr habt einfach eine Basisverteidigung mit Flammwerfer-Türmen und es kommt eine Horde Beißer an. Und ich glaube ein paar Spucker, ja, ein paar Spucker sind auch dabei. Auf dem linken Bild seht ihr das, wie ihr es im Spiel seht. Rechts seht ihr, was wirklich spielmechanisch passiert. Jedes dieser kleinen grünen Kästchen ist wieder eine Entität, denn auch das Feuer, was auf dem Boden liegt, sind Entitäten und die ganzen Aliens, die ganzen Partikel, alles was angezeigt wird, die ganzen Mauern und so, das sind alles Entitäten und das Spiel muss mehrfach pro Sekunde alles überprüfen. Zum Beispiel, um es mal in Zahlen auszudrücken, haben wir auf dem Bild hier auf der rechten Seite 15.689 Entitäten. Ja, also knapp 16.000. Das ist schon eine ganze Menge. Dafür, dass das eigentlich nur, was weiß ich, 20 Beißer sind, die drei Geschütztürme angreifen. Eigentlich geht da nicht viel auf dem Bild, aber in Zahlen mathematisch ausgedrückt sind das halt fast 16.000 Dinge, die da berechnet werden müssen. Und es müssen mehrere Sachen auf einmal berechnet werden. Und zwar, die Collusion Range, über die wir, äh, Collusion, nein, das Pathfinding, sorry, das Pathfinding, über das wir in den vergangenen Factorio Friday Facts schon gesprochen haben. Jeder Beißer muss natürlich gucken, wo er lang gehen kann. Jeder einzelne Beißer muss sich einen Pfad durch dieses Getümmel bahnen. Und das wird natürlich, wie alles in Computerspielen, auch mathematisch gemacht. Er guckt also vor sich, kann ich da lang gehen? Nein, kann ich da lang gehen? Nein, kann ich da lang gehen? Das muss alles überprüft werden. Mein Greenscreen flackert hier hinten, das tut mir leid. Und da spielen Entitäten eben auch eine Rolle. Es spielen nicht nur die anderen Beißer Rolle, sondern auch diese ganzen Flammen auf dem Boden müssen von dem Beißer überprüft werden. Die ganzen Blutspritzer, wenn irgendwo einer stirbt, müssen berechnet werden. Die sind zwar nicht ein physikalisches Hindernis, was im Weg ist. Um das herauszufinden, muss sich Factorio das aber erstmal angucken und dann grünes Licht geben. Hach, das Ding hier ist ja nur ein Blutspritzer, da kannst du rüber. Ihr seht also schon, welche Probleme sich da auftüren. Neben dem Pathfinding gibt es dann noch die Berechnung, wo genau die Flammenwerfer-Schüsse oder dieser Fluss aus Flammenwerfer-Munition, wo der landet und was in seinem Einflussbereich alles Schaden bekommt und wo dieser brennende Teppich, nenne ich das mal, entsteht. Das muss auch alles berechnet werden. Dann muss alle 10 Ticks geguckt werden, was steht jetzt in diesem brennbaren, in diesem gerade in Flammen stehenden Bereich. Welche Beißer sind da drin? Welche Beißer kriegen Schaden? Und wenn ihr das zum Beispiel wie hier unten, wo meine Maus jetzt ist, seht, da stirbt gerade ein Beißer und davor war da auch wieder eine Entität, die überprüft wird. Okay, ein Beißer, der steht in Flammen, der kriegt Schaden. Aber in dem Moment, wo er stirbt, kommen halt so viele Blutspritzer daraus, dass wir dann wieder fast 500 neue Entitäten haben und auf einmal muss dieser kleine Flammenpudding gucken. Okay, der kriegt keinen Schaden, ist ein Blutstropfen, der kriegt keinen Schaden, ist ein Blutstropfen und auf einmal sind 500 neue Berechnungen da, die man sich eigentlich hätte alle sparen können, weil es ja gar keinen Effekt aufs Spiel hat. Ja, also ihr merkt schon, das ist so nicht ganz optimal. Deshalb sind die Entwickler dabei, ein alternatives System zu machen, wo die Partikel von sterbenden Beißern und von verschiedenen anderen Quellen im Spiel eher so behandelt werden, wie der Rauch, der aus den Dampfmaschinen kommt. Das ist auch keine Entität mehr, war es früher auch mal, genauso wie die Gegenstände auf den Förderbändern bei Factorio Version 0.1.2, manche von euch werden sich noch erinnern, waren das auch wirklich physikalische Gegenstände auf den Laufbändern, die man halt auch anders berechnen musste, als es heute der Fall ist, weshalb Förderbänder mittlerweile sehr viel weniger Rechenleistung brauchen, als noch in den Anfangstagen von Factorio. Sie gehen dann hier auf den technischen Prozess ein, wie sie das alles umsetzen, das ist relativ dröge und wenn man nicht vom Fach ist, auch relativ langweilig und schwer zu verstehen. Grob zusammengefasst, sie wollen dafür sorgen, dass diese Sachen eben nicht mehr als Entität gelten. So kann man das wirklich ganz leicht zusammenfassen. Und um noch weitere Rechenleistung zu sparen, gibt es jetzt sogenannte Partikel-Chunks. Ihr kennt ja, Factorio ist so aufgebaut, dass man immer 32 mal 32 Bereiche auf der Welt hat, also 32 Felder mal 32 Felder und das ist ein sogenannter Chunk, ein Brocken, wenn man das mal so ins Deutsch übersetzen möchte. Hat nichts mit KitKat zu tun, aber sei es drum. Und bisher gab es halt nur normale 32 mal 32 Flächen auf der Karte und das ist ein sogenannter Chunk und in einem Chunk werden bestimmte Berechnungen abgehalten. Jetzt sind die Entwickler aber dabei, auch extra Partikel-Chunks ins Spiel zu implementieren. Das funktioniert eigentlich 1 zu 1 wie ein normaler Chunk mit dem einzigen Unterschied, dass in diesem Chunk nicht Informationen über die Welt abgespeichert werden, also wo stehen Bäume, wo stehen welche Gebäude, wie ist da gerade die Umweltverschmutzung oder sowas, sondern wirklich nur, welche Partikel werden hier eigentlich gerade angezeigt? Stirbt hier gerade irgendwo ein Alien, was Blut verspritzt, um ein Beispiel zu nennen? Und immer wenn du einen Chunk hast, wo gar keine Partikel gerade anwesend sind, wird dieser Chunk, dieser Partikel-Chunk, einfach deaktiviert und wird vom Spiel gar nicht mehr betrachtet, bis irgendwann mal wieder ein Partikel da drin auftaucht, wodurch diese ganze Partikelberechnung schon mal sehr viel leichter gemacht wird. Das kombiniert mit dem Fakt, dass diese Partikel eben nicht mehr als Entitäten gelten, kann man einiges an Rechenleistung sparen. Hier ist die Rede von, dass der Speicherplatz, der für die Partikel eingeräumt wird, von 224 Bytes auf 64 Bytes reduziert werden konnte. Das ist also knapp ein Drittel nur noch davon, was sehr gut ist, wodurch theoretisch sogar Save-Games kleiner werden, weil nicht so viele Daten gespeichert werden müssen. Allerdings Fairness halber muss man sagen, Partikel sind halt gar nicht so lange auf der Map. Die sind ja meistens nur ein paar Sekunden zu sehen und verschwinden dann. Also der reine Speicherplatz, der gespart wird, ist nicht so unglaublich interessant. Was interessant ist, ist diese Grafik hier unten. Wir haben einmal auf der linken Seite, so wie es bisher war, also erstmal damit ihr seht, was hier ist, dieser grüne Kreis, der hier ist, ist natürlich eine Atombombe, eine Explosion. Das ist also quasi ein Nukleartest, den sie hier gestartet haben. So kann man das wirklich sagen. Die Faktorieentwickler hauen einen kleinen Nukleartest raus. Bisher sah das so aus. Die Atombombe explodiert und wir haben massig Entitäten. Hier haben sie hingeschrieben, altes System, 7769 Entitäten. Und die maximale Update-Geschwindigkeit der Entitäten war bei 7 Millisekunden. So wäre das bisher gewesen. Wenn wir gucken, da geht auch nicht so viel. Also das sind jetzt ein paar Spawner-Gebäude, ein paar Würmer und ein paar Aliens. Ist also jetzt wirklich nichts, was eigentlich zu heftig ist. Es ist jetzt nicht so, dass da tausende Aliens waren oder so. Das habt ihr auch schon alles erlebt. Sondern es ist relativ vertretbar. Und ja, früher mit dem alten System, das momentan noch bei uns allen läuft, 7769 Entitäten und 7 Millisekunden Update-Zeit. Und mit dem neuen System können wir schon sehen, dass ganz viele dieser grafischen Sachen auch einfach jetzt Grafik sind und nicht vom Spiel noch groß, ja, bei verschiedenen Kalkulationen berücksichtigt werden. Und es ist einfach sehr viel weniger grün. Ich meine, guckt euch das an. Das sieht man auf den ersten Blick, dass das hier wahrscheinlich leichter zu berechnen ist, als das hier. Dazu muss man kein Informatiker sein. Scrollen wir runter, gucken wir uns das an. Sind das nämlich nur noch 786 Entitäten. Und die Entitäten updaten sich mit einer Maximalgeschwindigkeit von 2,4 Millisekunden und die Partikel 1,7 Millisekunden. Wir können also sehen, je nachdem, wie man das miteinander verrechnet, 2,4 und 1,7 ist kleiner als 7. Ja, also auch da muss man jetzt nicht studiert haben. Von daher sind wir wirklich, wirklich gespannt. Momentan schreiben Sie hier unten, dass es eine ungefähr 40-prozentige Verbesserung der Update-Geschwindigkeit mit sich bringt. Allerdings sagen Sie auch gleichzeitig, dass das hier kein sehr wissenschaftlicher Test ist. Also irgendwo eine Bombe hochgehen zu lassen und mal zu gucken, was für Auswirkungen das heißt, heißt nicht unbedingt, dass sich das dann in jeder Spielsituation niederschlagen wird, diese 40%. Aber zum Beispiel in solchen Extremsituationen wird sich das dann schon bemerkbar machen. Das ist das, was sich unterm Strich festhalten lässt. Wir fassen also nochmal zusammen, die Entwickler sind stark dabei, das Spiel weiterhin zu verbessern und zu optimieren. Alle großen Änderungen werden jetzt aber erstmal mit Version 0.1.8 in Erscheinung treten, damit nicht alle Nase lang unsere Mods nicht mehr spielbar sind. Finde ich auf jeden Fall eine super gute Herangehensweise von den Entwicklern. Von Senus Seite ein herzliches Dankeschön an euch. Ja, damit sind wir auch am Ende des Blog-Eintrags angekommen. War ja schon ein langes Video. Trotzdem möchte ich noch was in eigener Sache loswerden. Und zwar nächsten Freitag, liebe Leute, um 18 Uhr, europäischer, deutscher, Berliner Zeit, möchte man meinen, startet dann mein großes Charity-Event, The Big 20. Ich bin super gehypt. Ich werde vorher, wenn der Server aufgesetzt ist, nochmal ein kleines Extra-Video dazu machen, wo ich die Spielregeln erkläre und so weiter. Ich denke mal, die meisten von euch wissen mittlerweile eh Bescheid. Also ich habe eine Map gebaut jetzt in den letzten Wochen. Da können 300 Spieler rauf und das Ziel des Spiels ist es quasi, 20 Millionen grüne Chips zu Handcraften. Ganz wichtig, Handcraften, keine Montagemaschine. Das ist verboten. Ihr benutzt nur eure Hände, um 20 Millionen grüne Chips herzustellen und das Ganze dauert, wenn man das alleine macht, 289 Tage. Aber da wir ein paar mehr Spieler haben, sind wir da mit einem Wochenende, vielleicht drei oder vier Tagen hoffentlich, gut dabei und schaffen das Ganze. Und währenddessen laufen Live-Streams von mir und anderen Streamern, um Geld für die Sternenbrücke in Hamburg zu sammeln. In einem Kinderhospiz, wo tödlich kranke Kinder quasi ihren letzten Lebensabschnitt verbringen, betreut von geschultem Personal und im besten Fall umgeben von ihren Familien, die da auch wohnen können. Und ich habe die letzten zwei Jahre schon Geld dafür gesammelt, letztes Jahr mit Boris Gaming und Krampfgarten zusammen. Die sind dieses Jahr leider nicht mit dabei wahrscheinlich. Aber ich habe andere coole Unterstützung. Es wird einmal deutsche Streams geben und es wird einmal englischsprachige Streams geben. Da werden nämlich sogar wahrscheinlich, sie haben noch nicht hundertprozentig zugesagt, aber ich hoffe momentan noch sehr, dass sie mit ins Boot kommen und die Zeit finden. Colonel Will, falls euch der Gute etwas sagt und auf jeden Fall JD Plays und eventuell noch X-Terminator. Er hat auch noch nicht hundertprozentig zugesagt, möchte aber gucken. Beim Handcrafting wird er auf jeden Fall dabei sein, aber er versucht auch die Zeit zu finden, ein bisschen zu streamen. Aber da er Thanksgiving in den USA ist und er nicht zu Hause ist, muss er gucken, ob das Internet da, wo er sein wird, ausreichen wird. Ich drücke die Daumen, das wäre nämlich tatsächlich sehr coole internationale Unterstützung für ein eigentlicher als deutsches Projekt gestartetes Charity Event. Für euch bedeutet das bitte am 29.11. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade 28. gesagt habe, das war Quatsch, 29.11. Also nächste Woche Freitag am 29.11.18 Uhr auf meinem Server. Guckt ihr einfach in der Serverliste, wird The Big 20 heißen, so heißt das Charity Event. Kommt ihr auf den Server, nehmt euch so eine Handcrafting Box und stellt auch grüne Chips her und wenn ihr in den Livestream vorbeischaut, natürlich würde ich mich auch extrem freuen, genau wie die anderen Streamer. Da das Ganze über mehrere Stunden laufen wird, beziehungsweise es sogar über mehrere Tage laufen wird, werde ich nicht in jedem Augenblick anwesend sein, auch ein Seno muss hin und wieder mal schlafen, ich weiß, Schande über mein Haupt, aber genau deshalb habe ich mir ja die Streaming-Kollegen geholt. Irgendjemand wird schon online sein und euch alles erklären und euch Hallo, Hallo sagen und ich schaue dann auch bald wieder vorbei, bin am Handcraften oder übernehme dann die nächste Streaming-Schicht, da arbeiten wir halt immer in Schichten. Das klärt sich alles noch, ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, ich wäre noch viel begeisterter, wenn ihr anderen Factorio-Spielern davon erzählt, Leute. Mein Ziel ist es, 20.000 Euro zusammenzubekommen für die Sternenbrücke. Es wäre Wahnsinn, 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 wenn das klappt. Geht nur mit euch, also lasst euch blicken. Ich wünsche euch aber bis dahin noch eine schöne restliche Woche. Wie gesagt, ein eigentliches Video nur über das Event wird noch folgen und dann sage ich mal, bis dahin euch eine schöne Zeit. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ach, mit euch wird es nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal. Ach so, klitzekleiner Nachtrag bezüglich Wachstum und so. Wenn du das Video jetzt wirklich 25, 30 Minuten lang geguckt hast und noch nicht Abonnent dieses Kanals bist, bist du selber schuld. Kannst du ändern, indem du unten auf den Abo-Button klickst. Besonderen Dank an die legendäre Nanane und den Cyberbone. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.